Man hat ihn während der Schulzeit auf der Straße gefunden. Er ist völlig verängstigt und will mit keinem sprechen. Er zeigt auf Ansprache keine Reaktion. Er steht noch unter Schock. Victor spricht nicht. Er wurde taub geboren. Ihr Sohn ist ein perfektes Ziel. Mein Sohn ist in Gefahr. Räkel das. Zerstör mein Leben nicht wieder. Da brauchst du Hilfe von jemand anderem. Da brauchst du Hilfe von jemand anderem. Da brauchst du Hilfe von jemand anderem. Das haben sie ihm angetan. In der Tiefe von jemandem. Zerstör mein Leben nicht wieder. An jegsleischung. Er war eine Lieblende. Oh, mein Gott. Ceil ist ein perfektes Ziel. Er ist in Gefahr. Wohinig.